Wollen Sie zu mir kommen? Ja, nein? Halten Sie 49 Sekunden durch. Da ist schon wieder jemand. Wer ist denn da? Ja, das ist der Wolfgang. Hallo Wolfgang, ich grüße dich. Wolfgang, wir legen los, ja? Ja. Ab jetzt. Wolfgang, haben Sie schon mal bei mir gewonnen? Nein. Wolfgang, Sie haben Nein gesagt. Ach du Schande. Wolfgang, wo kommen Sie her? Meiselwitz bei Altenburg. Wollen wir es nochmal machen? Wolfgang, machen wir nochmal. Komm, das war gemein, das war gerade eine Sekunde. Wolfgang, ab jetzt bitte nicht mehr sagen, ne? Ja oder Nein? So. Wolfgang, ist ganz schön spät geworden jetzt schon, oder? Nein. Wolfgang. Wolfgang. Nein. Wolfgang, Sie dürfen... Entschuldigung, Wolfgang, Sie dürfen nicht Ja oder Nein sagen. Wolfgang. Wolfgang, Sie haben... Haben Sie das Spiel verstanden? Nein. Wolfgang, Wolfgang, denken Sie, Sie müssen immer Nein sagen. Nein. Wolfgang, wir werden das nochmal probieren. Nein. Entschuldigung, Wolfgang, ich lasse mich tot. Wolfgang, wir spielen noch eine Runde, ja? Wollen wir noch eine Runde? Wollen wir noch eine Runde sagen? Wolfgang, Sie dürfen nicht Ja und nicht Nein sagen. Wir fangen nochmal von vorne an, okay? Ja? Wolfgang? Wolfgang? Ja. Soll ich hüsten? Wolfgang, wir fangen nochmal an. Wolfgang, ab jetzt. Geht's Ihnen noch gut? Nein. Nein. Wolfgang, Sie dürfen nicht Nein sagen. Wolfgang, das ist doch das Spiel. Wir machen mal eine Runde. Wolfgang, bitte nicht Nein sagen. Wolfgang, haben Sie es jetzt verstanden? Wolfgang, bitte nicht Nein sagen. Wolfgang? Nein. Wolfgang, wir machen es nochmal. Ab jetzt. Nicht Nein und nicht Ja sagen. Auch nicht Nein. Wolfgang, wo kommen Sie her? Ab jetzt. Nicht Nein, nicht Ja und Nein. Wolfgang, wo kommen Sie her? Meiselwitz. Was? Woher? Woher kommen Sie, Wolfgang? Wolfgang? Meiselwitz. Meiselwitz. Wo ist denn das? Meiselwitz. Bei Altenburg. Sehr schön. Wolfgang, fühlen Sie sich jetzt gerade wohl? Nein. Tut mir so leid. Danke fürs Mitspielen. Ich schenke Ihnen 20 Euro Treueprämie. Bleiben Sie in der Leitung. Jetzt sagt er Nein. Oh, ist das witzig. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie dürfen nicht Ja auf mir Nein sagen. Max sehr, wunderbar. Hey, Herr. Ich 준 Freust, Herr ist es. Ich sch pitcher, reise Witz wie heute. Herr真的, ich hoffe, Sie superstern. Untertitelung des ZDF, 2020